Hey Leute und herzlich willkommen beim erstmal letzten Nestle Food Test hier auf dem Kanal. Heute gibt es wiederum einen Snack, um eine kleine Süßigkeit, nämlich die Nestle. Nicht Schokoladechips, sondern Schokokrossis in der Crunchy Salted Caramel Edition. Ich meine, Schokokrossis werden die meisten von euch auch kennen. Ich liebe diese Dinger und ich werde höchstwahrscheinlich diese, also die Crunchy Salted Caramel, nie wieder essen können, weil es leider, denke ich mal, keine Gesundheitsempfehlung heute kriegen. Egal, wir kommen jetzt zum Cover. Alles wieder in Pappe gehalten, wie auch die Schokoladechips von Nestle. Ist ja ein sehr ähnliches Produkt, sag ich mal, wo mich die Brezeln richtig überzeugt haben letztens. Wow, also schmecken sehr gut, haben leider natürlich auch keine Geschmacksempfehlung gekriegt, aber waren sehr lecker. Hier auch wieder Nutri-Score E, ich meine, wie man es von Nestle halt kennt. Passend zum Crunchy Salted Caramel, auch hier alles nochmal so ein bisschen in so einem Caramelfarbenen Ton gehalten. Sehr cool. Ja, ich denke halt noch ein bisschen salziger, noch ein bisschen karamelisierter, deshalb auch der Name als die Originalen, werden wir natürlich auch noch testen. Hatte ich da, aber habe ich gestern aufgegessen, weil ich mir dachte, oh, wenn ich die jetzt teste, kann ich sie nie wieder essen. Deshalb habe ich sie erst mal lieber aufgegessen und ab dem nächsten kann ich sie dann nie wieder essen. So, versteht ihr, wie ich meine? So, meine Logik. Aber nee, so kann man sich die Sachen, die einem wirklich schmecken, noch ein bisschen aufschieben, dass man es eben noch ein bisschen an den ungesunden Dingen genießen kann. So, so viel dazu. Ähm, ja, Cover, wie ich auch, ja, schönen Haut, Naturton gehalten, ich halte gar nicht, wie man es genau so holzt, Naturton, eben diesen bisschen Karamelllook. Sehr cool. So, so schaut das ganze Ding dann aus. Das ist der gute Kossi. Wir haben Milch, wir haben salzige Crispkugeln, wir haben crunchiges Karamell, voller Knuspergenuss hergestellt in Hamburg. Alter, geil. Das wusste ich nicht. Schill, Grüß nach Hamburg. Cool, dass Nestle das hier so draufgeschrieben hat. Nee, wirklich cool. So, wir haben Nestle, Good Food, Good Life, Rainforest Alliance, zertifizierten Kakao, sehr cool. Cocoa-Plan, 100% nachhaltiger Beschaffung, sehr cool. Nein, super. Finde ich geil. Wir haben Karton und wir kommen schon zu den Nährwertangaben, 400 Gramm. Wir haben einen Energiewert von 2.960 Kilojoule, beziehungsweise 494 Kilokalorien. Auch gut, aber auch, ja, so ähnlich wie halt ungesunde Süßigkeiten halt haben. Fett haben wir 23,4 Gramm, davon gesättigte Fettsäuren 14,1 Gramm. Ja, geht auch gerade noch so. Kohlenhydrate 62,3 Gramm, davon ca. 42,6 Gramm. Sehr deftig. Sticht heraus, mehr als die Schokoladechips, egal welche wir von den letzten drei hatten, nicht schlecht. Ballaststoffe haben wir 3,2 Gramm, Eiweiß 6,7 Gramm, auch nicht schlecht. Und Salz 2,0 Gramm. Wow, also 2 Gramm Salz auf 100 Gramm. Boah. Wie so Bressola-Schinken, ne, Jeremy? Fragrance, du Bressola-Schinken, du. So, Gesundheitsnote. Kommen wir erstmal zu den Zutaten, bevor wir zur Gesundheitsnote kommen. Ich wollte euch nur testen. So. Wir haben Knusperpralinen. Boah, eine Knusperpraline. So habe ich es noch nie betrachtet, aber es ist echt so wie so eine Knusperpraline. Cool. Mit Milchschokolade 63,3%, äh, 68,3% deftig. Cornflakes 16,3%, salzigen Weizen-Cerealien 12,3% und Karamell 2,8%. Milchschokolade enthält neben Kakaobutter auch andere pflanzliche Fette. Okay, jetzt bin ich gespannt. Eieiei. Als Hauptzutat, Alter, das wird was. Okay, als Hauptzutat haben wir Zucker. Danach haben wir Cornflakes, bestehend aus Mais, Zucker, Salz und Gerstenmalzextrakt. Dann haben wir salzige Weizen-Cerealien. Genau, das waren die Cornflakes. Dann salzige Weizen-Cerealien, bestehen aus Weizenmehl, wieder Zucker, Weizenmalz, Salz, Backtriebmittel, Natriumkarbonate, Kakaobutter. So, daraus bestehen jetzt die salzigen Weizen-Cerealien. Okay, dann Kakaobutter. Dann haben wir nochmal, also neben den Cerealien und den Cornflakes, haben wir dann nochmal Kakaobutter und Kakaomasse als nächstes. Okay, 10,8% Kakaomasse. Dann haben wir Magermichpulver, 7,7%, Molkenerzeugnis, Karamell. Das Karamell wieder bestehend aus Zucker, Glukosesirup, Backtriebmittel, Natriumkarbonate. Dann haben wir pflanzliche Fette, wieder unabhängig vom Karamell, nämlich Palm- und Shea-Fett. Dann haben wir Butter-Reinfett, natürliches Aroma, Emulgatolecithin, natürliches Vanille-Rauh-Aroma und das war's. Also ich muss sagen, insgesamt auf jeden Fall schon ein bisschen mehr Zutaten. Dadurch, dass wir auch ein bisschen mehr unterschiedliche Inhaltsstoffe, sag ich mal, haben. Ja, puh, finde ich von der Gesundheit die anderen, die Schokolade-Chips ein bisschen besser, aber jetzt auch nicht wirklich der Rede wert. Hier immer noch Zucker als Hauptzutat. Ja, alles einfach ein Drama, sag ich mal, für die Gesundheit. Wir haben auch insgesamt 140 Gramm drin und das sind so 2x70 Gramm Baggies, wie wir es halt kennen. Aber wir schauen uns das Ganze jetzt ja eher an. So, Gesundheitsnote, aber hier, ich gebe hier wieder eine 4-. Es ist keine komplette Katastrophe. Doch, es ist eine komplette Katastrophe für die Gesundheit. Aber es ist immer noch besser als Gummibärchen und Vollmilchschokolade. Meiner Meinung nach. So, soviel dazu. Deshalb 4-. Auf jeden Fall keine Gesundheitsempfehlung. Wir machen das Ganze jetzt auch wie so eine Truhe. So, das finde ich auch schön. Das muss ich Nestle lassen, diese Schokolade-Crossies und Schokolade-Chips. Sehr schön hergestellt, sehr schön verpackt. Leider hier wieder Plastik. Aber es wirkt wie so ein Plastik-Karton-Verschluss. Aber es ist schon eher vor allem Plastik. Naja, Leute, wir machen das Ganze auf. Wir sehen hier schon, dann wartet so eine Wundertüte voller dieser Crossies auf uns. So schauen die dann im Original aus. Sehr lecker, finde ich. Es ist einfach zusammengewürfelte Cornflakes-Schokolade mit so Karamellstückchen und dem ganzen Zeug. Ich tue die Verpackung mal zur Seite und wir hauen mal rein. Ich bin gespannt, Leute. Aufs Wohl. Boah. Mh. Mh. Boah. Karamellig, salzig, crunchy. Genau so, wie es draufsteht. Wow. Haben sehr viel von den Knusperbrezeln, die wir das letzte Mal hatten. War auch sehr salzig. Bisschen süß durch die Schokolade. Hier dasselbe. Sehr süß auch durch die Vollmischschokolade. Die Cornflakes. Sehr kross und crunchy. Und durch die Karamellstückchen. Boah. Wow. Ist das ein... Mh. Boah. Wie viel Salz haben wir drin? 2 Gramm. Boah. Echt salzig. Boah. Aber es ist so lecker. Es sticht halt wieder was voll heraus. Also wer Salz nicht abkann, dem würde es gar nicht schmecken. Aber für mich ist das halt für eine Süßigkeit auch so ein kleines Highlight. Also nicht Salz, sondern jetzt der Geschmack von den Dingern. Plus die Konsistenz. Plus das Crunchy. Leute. Ich habe den Brezeln eine 1 gegeben. Boah. Die schmecken mir so wie die Brezeln. Wirklich. Eine 1 minus kann ich jetzt nicht geben. Leute. Es gibt ja auch eine 1. Also sowohl diese Knusperbrezeln, salzig und Ding. Man könnte jetzt denken, ich bin voll der Salz-Fan. Aber bin ich gar nicht. Es schmeckt halt einfach so ein bisschen besonders. So wisst ihr. Und das ist mir immer wichtig bei Geschmäckern. Auch wenn was nach Mango schmeckt, dann soll es nach Mango schmecken. Aber intensiv aus Konzentraten bestehen. Und etc. Klar haben wir hier auch viele Aromen. Aber auch ein paar natürliche. Und das macht es dann halt doch einfach nochmal aus. Ich meine die Red Bulls, die wo wir getestet haben. Die mit den Geschmäckern. Die Purple Edition, Yellow Edition etc. Nur als bestes Beispiel. Da hatten wir nichts von natürlichen Aromen. Sie haben zwar gut geschmeckt. Aber es hatte nie sowas, wo ich sage. Boah. Ja, hat mich das jetzt umgehauen. So wisst ihr, wie ich meine. Und ja. Und durch dieses crunchy, salzige, karamellige haben wir das hier. Und deshalb gibt es die Geschmacksnote 1 für die Schokokrossi Salted. Crunchy Salted Caramel. Bam. Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war es mit den Schokokrossis. Ich werde sie nach heute auch nie wieder essen. Nur noch die originalen, welche ich euch mal vorstellen. Und ansonsten. Ja. War es das mit denen. Ich wünsche euch was. Immer schön happy bleiben. Niemals aufgeben. Immer schön weitermachen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich über eine Bewertung. Bleibt gesund. Ernährt euch gesund. Investiert schlau. Fahrt vorsichtig. Passt auf euch auf. Und ansonsten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.